Was geht ab Freunde und Supporter, euer Sorbo am Start für euch mit einem Video zu Strange Brigade, dem neuesten Titel von Rebellion. Das sind die Sniper-Elite-Macher, die haben auch freundlicherweise dieses Video gesponsert. Und ja, ihr neuestes Spiel kommt jetzt am 28. August raus für die PS4, Xbox One und den PC. Ist ein Koop-Shooter mit Kampagne, Horde-Modus etc. Und wenn ihr euch das genauer mal anschauen wollt, checkt natürlich die Videos ab, aber auch die Videobeschreibung. Und ganz oben ist der Link zum Spiel, wenn ihr da mal vorbeischaut, könnt ihr euch wie gesagt einen kleinen Überblick verschaffen. Und ihr würdet mich auch unterstützen, klare Sache Freunde. Ansonsten würde ich sagen, starten wir mal durch. Lasst auf jeden Fall Feedback in den Kommentaren, bei den Bewertungen da etc., wie euch das Ganze gefällt. Und ja Freunde, ich zockt jetzt auf der PS4, genau, das wollte ich nochmal erwähnt haben. Und ja, das war's, mehr müsst ihr nicht wissen. Jetzt geht's los Freunde. Habt ihr Bock? Ich hab Bock. Los geht's. Okay Freunde, wir zocken als erstes mal die Kampagne an und schauen mal, was es so für Charaktere gibt, die wir jetzt uns auswählen können. Das ist hier Nalangu Roshida. Vampirschlag, schnellere Bewegung. Boah, die Schrift, Alter, das kann ich kaum lesen. What the fuck? Moment mal, wir machen ganz kurz auf die Biografie. Dämonenjäger. Okay, also Vampirschlag und schnellere Bewegung. Machen wir uns einen ganz kurzen Überblick. Dann haben wir Grey Sea Braveweight. Ich hoffe, es wird so ausgesprochen. Schnelle, schneller Bombenladung wahrscheinlich. Und Schwinger, also die hat auf jeden Fall einiges in den Armen, wie man sieht. Und sie hat ein Maschinengewehr, Pistole und Granate. Sie hat eine Flinte, Pistole und auch eine Granate. Dann haben wir hier Professor Archimedes de Quincy. What the fuck? Was ist das für ein Name? Okay. Mächtige Seelenaura und Geheimnisfinder. Hat auch ein Maschinengewehr. Und eine Pistole und eine... Was ist das? Eine Strahlgranate? Sieht so aus, oder? Okay, Wissenschaftler. Und Frank Fairburn hat auch ein Gewehr. Pistole und Dynamit. Dicke Haut, super Kopfschüsse. Wird wahrscheinlich der Tank sein. Ich glaube, ich nehme hier Nalangu, Junge. Nalangu. Nalangu, fearsome warrior against the forces of evil. What the fuck? Okay, alles klar. Okay, alles klar. Inventar. Aha, Hauptwaffe. Können wir die austauschen schon? Können wir tatsächlich. Ja, guck mal hier. Können wir uns die Waffen kurz mal anschauen. Aber ich glaube, ich bleibe bei der ausgerüsteten. Können wir upgraden alles? Okay, muss auch entdeckt werden, das upgraden. Gut zu wissen. Dann haben wir hier die Pistole. Molotow. Ach, das ist ein Molotow-Cocktail. Ah, okay. Klebegranate. Dynamit und normale Granate. Und dann haben wir noch ein Amulett. Flammender Zorn des Ra. Setze die Macht des Sonnengotts ein. Lasse eine reinigende Feuerwelle auf deine Feinde niederkommen. Hört sich sehr gut an. Hört sich sehr gut an. Die anderen haben wir auch gar nicht freigeschaltet. Also würde ich sagen, let's go. Oh. The Strange Brigade. On their way to Devil Knows Where. At the start of yet another thrilling yarn of death-defying, deading doom. Egypt again, eh? Neh rest for the wiki. Evil never rests. So nor can we. Just as long as it goes better than that mess of Patagonia. Patagonia, eh? How intriguing. I wonder what... Hush, Olya. Here's your ladyship. Thank you, Gracie. Yes. Egypt again, Professor De Quincey. And this is why. Egypt. Land of ancient secrets and mummified mysteries. Veronica Brownridge. Some of you probably owe your lives to the valuable undercover work she does for the department. Veronica. An invaluable contributor to the Brigade's efforts. Her last assignment was to join the dig expedition of Sir Edgar Harbin. A wealthy amateur Egyptologist searching for the legendary tomb of Sir Tecky. Sir Tecky? A black-hearted fiend. Yes. The infamous witch queen of ancient Egypt. Her final resting place has been lost for millennia. Miss Brownridge's task was to ensure it remains so. But her last communication indicated that Harbin had found the tomb and was about to open it. We haven't heard from her since and must now fear the worst. Oh dear, oh dear. Prepare yourselves, Brigade. Secure the dig site and find the tomb. If Harbin has indeed opened it and freed the thing imprisoned inside, then who knows what horrors you will soon be facing. A plucky Brigade agent missing. And some damn fool possibly setting free an ancient evil. Time to call on the services of... The Strange Brigade. Oh, what thrilling tales and awe-inspiring adventures await our heroes today. Tally-ho, Brigade. There's work here to be done. Okie-dokie, player. Okay, also wir können uns wegrollen. Waffe wechseln natürlich auf Dreieck. Alles klar, Freunde. Oh, Alter, die schwindet ja übel schnell. Wuh, Junge. Alles klar, Freunde. Ich würde sagen, starten wir mal durch, Alter. Nice. Bin mal gespannt. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Untertitel sind ein bisschen zu klein. Allgemein sind sie noch ein bisschen klein. Schieß auf mich. Alles klar. Ich finde es aber ganz cool aufgezogen mit diesem Sprecher, der alles kommentiert. So ein bisschen auf, ähm, ja, Oldschool-Show. Alles ein bisschen überspitzt darstellt. Oh, guck mal. Aha. Cash kann man hier alles sammeln. Da bin ich sofort dabei. Da bin ich doch sofort dabei, hier. Uncool. Uncool. Aktion. Okay, nochmal ganz kurz geguckt, ob man vielleicht die Untertitel ein bisschen größer machen kann, aber anscheinend nicht. Oh. Aha. Mensch, so schnell kann ich den nicht lesen. Ich bin froh, dass ich überhaupt lesen kann. Was soll denn das? Okay. Aha. Kann man das? Warte mal. Ganz kurz ein bisschen zurück. Ah. Öffne mich. Ja, das gefällt mir schon. Diese ganze Erzählung und diese Einblendung, so oft lustig. Das macht schon Bock. So ein Schatzton. Welch Wunder befinden sich in den Schatzton fernab des Weges? Edelsteine, Gold, Geheimnisse wie sie in sterblichen Unbekannten... Es ist ganz... Also für mich Freunde. Ich hoffe, im Video kommt es ein bisschen besser rüber. Für mich ist es ein bisschen klein die Schrift, ehrlich gesagt. Hmm. Aber ja. Natürlich versuchen wir alles zu öffnen, was wir finden. Oh, ein bisschen Cash. Aha. Ich gehe mal davon aus, dass wir das Cash dafür benutzen können. Gold, the ancient nemesis of all adventurers. How will our heroes ever hope to bypass such a thing? Huzzah! Onwards, strange brigade. There's adventure to be had. Oh my. What's this? Good lord. Nefarious necromancy. What horrific Hocus Pocus summons these cadaverous creations back then. Oh, oh, Leichenschrecken. Er steht extra hoch. Okay. Oh, ich muss gleich nochmal an der Steuerung was machen. Das ist mir echt ein bisschen zu langsam. Aber erstmal hau ich die kleinen Pisser hier weg, ey. Alter, die klettert da einfach eisgeil hoch von alleine. Okay. Weg mit euch. Ah. Okay, diese Seelen... Leveln denn... Was ist das blaue Links? Wahrscheinlich meine Lebensanzeige oder was? Ich gehe mal davon aus. So, ich muss mal ganz kurz ein bisschen schneller machen, die Steuerung. Fress das, die kleinen Schweinchen. Kommt her. So langsam wie die sind, kriegen wir... Oh, ich wollte gerade sagen. Oh, Badabum, Junge. Badabum. Oh, da ist ja keiner. Aha. Halte, um Seelen zu befreien. Ah. Achso, die Seelen... Achso, die Seelen... Füllen meine Amuletten auf, oder wie? Na ja, Freunde. Es fühle mich neu. Ich komme erst mal rein mit euch gemeinsam. Ah, guck mal, wir sind Kätzchen. Alles klar, ich treffe es einen... ...halben Meter. Ach, heb mich auf. Lesen kann ich auch nicht. Wie gesagt, ich kann nicht lesen. Vorne. Kann ich lesen. Ich habe es gesagt. Ich habe es doch gesagt. Ihr kennt es doch gar nicht anders. Ich habe nur das Katzen-Gelammer gehört. Ach, da oben ist dieses Kätzchen. Wow, 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 wow. Aha. Hallo. Junge, alter, was ist ein Gold-Chain hier? Ein bisschen Gold, alter, das gefällt mir eigentlich. Looten und Level, Junge. Looten und Level. Das ist mein Ding. Das ist genau mein Ding. Hier haben wir noch eine Chest. Das ist mein Ding. Ja, damit. Oh, for us, hey. Aha. Oh, yes, this should certainly pack a paranormal punch. An einer Werkbank kannst du deine... Aha. What's this? Treasure trapped behind iron bars. Surely our heroes can liberate it if they look for another way in. Ah, danke für den Tipp. Untersuchen. Oh, no, that looks rather interesting. A locked gate, an abandoned camp? The plot thickens. Okay. Was geht denn hier ab, sag mal? Untersuche den Außenposten. Gerne, aber hier liegt überall Geld rum. Ich muss das alles einsammeln. Das geht nicht anders. Aktiviere mich. Ach, guck mal, hier sind wir bei der Werkbank. Das Arsenal. In dieser fantastischen Feldwaffenkammer kannst du dich mit freigestalteten Waffen und Auslösung ausstatten. Ups, sorry. Das ging ein bisschen schnell. Upgrade. Betz ab, Prall-Edelstein. Die Katzengöttin lässt deine Schüsse vom Feind zu Feind springen für mehr Schaden. Machen wir doch mal. Alter, das ist ganz cool. Das ist ja ganz cool. Das wird bald sehen wir uns wieder in der Krieg. So. Den einen Lebensdrang verballern, den anderen mitnehmen. Perfekt. Munition voll. Okay. Ich muss ja erstmal klarkommen, Freunde. Ich muss ja erstmal hier auf das neue Spiel klarkommen. Ah, Hilfe! Ein Zombie! Vor allem auch immer mit diesem Seelen einsammeln. Auch ganz schön strange. Haha. Wisst ihr, der Titel? Strange? Ah, ja. So, Freunde. Ich würde sagen, das war es jetzt erstmal mit diesem Video. Beim nächsten Mal geht es weiter. Seid auf jeden Fall dort dabei. Lasst gerne Feedback da. Bewertung, Kommentare, etc. Checkt die Videobeschreibung ab. Ganz oben ist der Link zum Spiel. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ansonsten, danke erstmal fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wie gesagt, beim nächsten Mal geht es dann weiter, Freunde. Haut rein. Tschüss. Tschüss.